Ja Leute, herzlich willkommen bei 78. Heute mal ein lastes Video. Wir sind nicht bei den Wohnmobilen, wir sind bei den Booten. Meine jahrelange Erfahrung mit Motorbooten und Motorjachten, habe ich mir gedacht, lasse ich euch teilhaben an der Erfahrung. Vielleicht hilft es den einen oder anderen auch, der in der aktuellen Lage momentan ist, sich ein Motorboot kaufen zu wollen oder meinetwegen auch eine Motorjacht. Ich werde euch ein paar Tipps geben, was ihr zu beachten habt, wenn ihr ein gebrauchtes Motorboot kauft. Ihr werdet nicht glauben, wie da gedrickst wird, was da teilweise für Schrottschüssel verkauft werden, den Leuten angedreht werden. Ich werde euch ein paar Tipps, ein paar Punkte sagen, auf die ihr aufpassen müsst, wenn ihr euch ein Boot kaufen wollt, denn das kann sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und da ist dann der Anschaffungspreis nichts mehr im Gegensatz zu dem, was euch Reparaturen kosten. Motorboot ist allgemein eine sehr teure Angelegenheit. Man muss sich auch immer mit den Folgekosten und Folgeaufgaben bewusst sein. Ich sage euch das, es ist ja nicht einfach dabei, damit man sich ein Boot kauft. Man braucht Stellplätze, Liegeplätze und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die man in so einem Motorboot kaputt gehen können. Hier ist es eine 270er bzw. ein 27-Fuß Crownline 268CR im Top-Zustand. Ja, ich kenne das Boot sehr gut. Und hier könnt ihr mal einen kleinen Überblick erhalten. Ich gehe danach dann noch auf die einzelnen Themen ein, auf was ihr schauen müsst. Da geht es gleich mal jetzt hier, fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt. Das Video wackelt vielleicht ein bisschen, ihr müsst entschuldigen, ich habe meinen Gimbal heute nicht dabei. Erster Punkt, wenn ihr in so ein Boot reingeht, ist eure Nase. Riecht erstmal, riecht es modrig im Boot. Dann ist das schon einmal eine Sache, wo ihr sehr hellhörig werden müsst. Das kann oben hier auf der Pflicht noch normal sein, denn da wird es ab und zu mal feucht. Das ist ja ein Boot, sein Boot hat unten Abläufe drin. Ihr könnt hier unten zum Beispiel einen sehen. Wenn es hier nass werden würde, dann läuft es ab. Ja, hier kann es dann schon einmal ein bisschen modrig riechen, sollte es aber auch nicht. Ja, dann schaut es euch gleich einmal, wenn ihr hinten rein geht, das Verdeck an. Ob da nicht größere Moder oder Stockflecken drin sind in Verdeck. Ihr seht also hier gar keine. Es ist alles top gepflegt im besten Zustand. Und hier kümmert sich der Eigner um sein Boot. Und das nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Ja, dann schaut es erst einmal hier den Gesamtzustand, hier im gesamten Innenraum an. Passt alles, wie sind die Polster beieinander und so weiter und so fort. Auch interessant ist natürlich auch, ob so ein Boot im Salzwasser oder im Süßwasser bewegt worden ist. Ihr werdet 90% nur Boote finden, wo Süßwasser steht, obwohl sie im Salzwasser bewegt worden sind. Denn es will kein Besitzer beim Verkauf gerne zugeben, denn Salzwasser heißt immer, erhöhter bis doppelter Verschleiß. Das ist so. Jeder weiß das. Salz frisst an allen Materialien. Ob das am Motor ist, am Kunststoff oder am Gelcoat. Das ist ganz egal. Hier müsst ihr höllhörig sein und aufpassen. Dann geht es ja mal runter in die Kabine und dann wird es schon interessanter zum Thema Geruch. Einfach mal runtergehen in so eine Kabine und die Nase anschalten. Wenn es jetzt hier schon richtig feucht ist und richtig modrig ist, dann müsst ihr schon wieder aufpassen. Das merkt ihr spätestens dann, wenn ihr da am Boden geht. Wenn da alles feucht ist oder zum Beispiel hier bei den Fenstern hier Rost runterläuft, dann heißt es, es ist schon Wasser reingekommen. Ihr könnt euch dann auch mal hinsetzen unten und schaut euch mal oben die Decke alles an. Das sind da größere Wasserflecken oder was. Hier in dem Fall ist alles mit Alcantara ausgekleidet. Hier ist ein sehr transparenter Geruch, hier modert nichts. Schaut euch oben die ganzen Wände alles an, wenn da größere Wasserflecken sind. Auch mal hingegangen mit der Hand. Es muss alles trocken sein, da darf nichts feucht sein. Wenn die Decke feucht ist, ist es ja äußerst schlecht. Wie gesagt, die Fenstern anschauen, es muss alles sauber sein, dass man hier mal ab und zu außenrum ein bisschen Rost sich bildet. Das ist normal. Irgendwann einmal wird da ein bisschen Wasser reinkommen, sei es bei schnellerer Fahrt und so weiter und so fort. Aber auch hier die Polster alles anschauen. Wie gesagt, hier ist alles wirklich hoch gepflegt, alles mit Alcantara überzogen. Hier gibt es keine Flecken. Da ist Liebe zum Detail herrscht hier und das ist natürlich schon mal so eine Sache zum Thema Liebe zum Detail. Wenn man hier schon so Sachen sieht, der Spiegel ist beklebt, es sind Kissen drin, es ist alles sauber aufgeräumt, es sind Teppiche im Innenraum. Da merkt man schon, der Eigner hat sich für sein Boot interessiert. Und der hat an seinem Boot gearbeitet, er hat es nicht verwahrlosen lassen. So Sachen, wenn hier alles sauber aufgeräumt ist, wenn die ganzen Schubläden alle sauber beschriftet sind. Vor allen Dingen, dass das ganze Licht alles funktioniert, dass die Lampen alle funktionieren. Wenn sich einer um sein Boot kümmert, sorgt er immer dafür, dass alles funktioniert. Denn er braucht es ja während der Fahrt. Schaut ihr dann hier auf das Strompanel, funktionieren die ganzen Anzeigen. Schaltet jetzt ruhig einmal einen Wasserkocher ein und wartet ab, bis hier warmes Wasser kommt. Kommt überhaupt Wasser, ja? Das heißt, und hört man auch vielleicht ein bisschen, die Druckwasserpumpe läuft. Die funktioniert. Die ist meistens auch kaputt. Funktioniert der Zerhacker von der Toilette und so weiter und so fort. Funktionieren vor allen Dingen auch die Steckdosen hier. Denn wenn hier was faul ist, Elektrik in einem Boot, das ist auch so eine Sache. Probiert das alles ruhig bei eurer Begehung von eurem Boot aus. Was ihr kaufen wollt, probiert jeden Lichtschalter aus, ob er funktioniert. Ja, schaut mal ins Klo rein. Hier sieht man es nämlich dann auch recht schön, ob sich jemand was um sein Boot geschert hat oder nicht. Wenn man hier sieht, hier ist wirklich alles pico, bello, sauber. Waschbecken, alles sauber aufgeräumt. Das sind kleine Behältnisse da, wo die Sachen angebracht werden können. Auch hier im Klo dann oben mal schauen, ob irgendwo Wasser oder Stockflecken sind. Ruhig auch mal die Kloschüssel aufmachen und reinschauen, ja. Da ist dann Donauwasser drin, was von der Donau quasi hochgeholt wird. Das Boot hier liegt auf in der Donau. Und da seht ihr, es ist wirklich alles sauber. Auch hier den Lüfter mal ausprobieren. Das ist quasi die Abluft von der Toilette. Alles anschauen, hier sieht man schon, hier ist Liebe zum Detail. Hier hat sich der Eigner um sein Boot gekümmert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn ihr in ein Boot reingeht, wo die Besitzer euch viel erzählen können über das Boot, weil sie eben viel gemacht haben. Das ist schon mal gut. Wenn euch ein Eigner über das Boot nicht viel erzählen kann, wenn einem alles wurscht ist und wenn es schon drum ausschaut wie Harry, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil dann hat er sich in der Regel auch am Motor nichts gemacht. Das sind jetzt die offenen Dinge, die ihr seht. Ihr könnt euch in der Pflicht jetzt mal hinsetzen. Setzt euch da ruhig einmal eine halbe Stunde rein. Lasst euch da nicht irgendwie drängen vom Eigner. Ihr habt jetzt keine Zeit und ihr müsst schnell machen, gar nichts. Einfach in aller Ruhe alles anschauen, ob alles funktioniert. Klettert ruhig einmal in die Hunskabine runter. Ja, ich sage immer Hunskabine, sagt man so. Schaut euch die Teppiche alle an, nehmt die kleineren Teppiche weg und schaut da mal drunter, dass da nichts feucht ist. Ruhig hin. Klangen und so weiter und so fort. Schaut in jeden Schrank rein, kontrolliert alle Ecken. Ja, das ist erstmal die optische Kontrolle. Und wenn hier schon überall der Dreck liegt, wenn es schon feucht ist und überall alles feucht ist und schimmlig ist, dann am besten gleich wieder rausgehen und dann sucht es weiter nach einem neuen Boot. Das ist ganz wichtig, denn ihr glaubt es nicht, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wie Boote teilweise hergerichtet werden. So quasi nur, dass sie die Probefahrt überleben. Und wenn dann der Besitzer später alleine mit dem Boot unterwegs ist, dann kommt der Motor, dann kommt alles Mögliche. Dann ist das Boot mit Osmose belastet. Das heißt, der Rumpf zieht Feuchtigkeit und dann habt ihr Riesenprobleme und Kosten. Das könnt ihr euch nicht erklären. Denn bei einem Boot geht es mit den Kosten immer das Doppelte. So, das war jetzt einmal hier der äußere Eindruck, den ihr machen könnt. Wenn ihr in ein Boot reingeht zum ersten Mal. Ja, schaut es euch alles an, fragt alles nach. Der Besitzer sollte in der Regel auf alles spontane Antwort haben, nicht selber umeinanderlegen müssen. Und dann überlegen müssen, fragt sie nach, wo der Stromhauptschalter ist. Der muss alles wissen von seinem Boot, weil dann weiß ich, der hat sich mit seinem Boot selbst befasst. Und wie gesagt, das ist erst einmal der Gesamtzustand, der innere Gesamtzustand. Ich werde dann später am Gelcoat außen noch ein bisschen was zeigen. Aber jetzt gehen wir erst einmal über zum Motor. So, jetzt sitzen wir hier im Motorraum, wenn man das so sagen kann. Das ist so ein typischer Motor von einer 27er Motorjacht. Motorjacht, das sind meist, also zum größten Teil, 8 Zylinder Motoren mit 6, 7 Liter Hubraum. In dem Fall 5,7 Liter Hubraum hat dieser V8 hier. Und das ist ganz wichtig, dass ihr beim neuen Boot, das ihr euch kaufen wollt, einen langen und ausführlichen Blick in den Motorraum werft. Ja, denn da verbirgt sich meistens das größte Übel bei den Booten. Ihr schaut es auf jeden Fall erst einmal wie immer auf den Gesamteindruck vom Motor. Ist ja recht verölt, der ganze Motor ist irgendwo übermäßig viel Rost am ganzen Motor. Wie man also hier sieht, sieht man eigentlich fast keinen Rost. Ihr schaut es euch alle Riemen an von dem Motor, ist auch ganz wichtig. Wobei, so Riemen sind das kleinste Übel. Dann fragt ihr euren Besitzer, ob das Boot vernünftig jedes Jahr eingewintert worden ist. Genau hier ist das größte Übel, 80% der Motoren, die kaputt gehen, sind nicht richtig eingewintert worden. Die sind aufgefroren, das sind Frostschäden. Und am Frostschaden, sage ich euch auch gleich ganz ehrlich, könnt ihr teilweise nicht mal sehen, wenn ihr einen Gutachter dabei habt oder jemanden, der sich auskennt. Der Motor hier, das ist ein neuer Motor, der ist jetzt 5 Jahre alt, das Boot hat den gleichen Motor gehabt. Er wurde begutachtet, es war alles für gut empfunden gewesen und nach 40 Stunden riss im Zylinder. Letztliche Untersuchungen haben gezeigt, er wurde einfach nicht richtig eingewintert, war aufgefroren. Und das Ganze hat sich immer erst ziemlich spät gezeigt. Man kann also hier sehen, man ist also nicht gefeilt, man kann niemals 100%ig sicher sagen, dass so ein Motor gut ist. Das wollte ich euch nur damit sagen. Ich habe da schon wirklich sehr viel erlebt in den letzten Jahren an Pfusch und an Sachen und an Erfahrungen, die Leuten passiert sind, gerade in Bezug auf ein Gebrauchtbootkauf. Deswegen schaut ihr euch den Motorraum gut an. Wenn ihr euch nicht auskennt mit Booten, nehmt auf jeden Fall, wer mitfahrt in irgendeinen Yachtclub, in irgendeinen Yachthafen, fragt da bei der Vorstandschaft oder beim Hafenmeister nach, wer sich gut mit Booten auskennt und fragt, ob der vielleicht mitfahren würde. Ihr würdet euch gerne gebrauchtes Boot anschauen. Denn wenn ihr keine Ahnung von Motoren habt, beziehungsweise von Motorbooten, wenn ihr ganz frisch in die Materie einsteigt, fallt ihr in der Regel aufs Maul. Wenn wir versuchen, dass man euch irgendwas erzählt über die Motoren, was gar nicht stimmt, seid ihr da wirklich wachsam. Und wenn ihr wirklich keinen findet, dann lasst ihr euch einen Gutachter, schaut im Internet nach, einen Gutachter für Boote, für Bootstechnik, dann zahlt ihr dem vielleicht einen kleinen Betrag, den Gutachter, aber ihr seid am Schluss wirklich auf der einigermaßen sicheren Seite, dass alles passt. So ein Gutachter kennt das in der Regel dann schon recht gut, ob was in Argen ist, aber er kann auch nicht alle Fehler sehen. Das muss euch auch bewusst sein. Was ihr hier seht, das ist die Pumpe für den Antrieb, rauf und runter fahren, für die Trimmung vom Antrieb. Hier schaut ihr bitte in alle Flüssigkeitsbehälter. Es gibt mehr so Flüssigkeitsbehälter, dass die Flüssigkeiten die Farbe haben, die drin sein soll. In dem Fall haben wir mal rot, da darf aber nichts milchig sein. Milchig heißt immer Wasserbeimischungen. Wichtig, schraubt ruhig hinten mal den Deckel auf, nehmt euch einen kleinen Löffel mit oder eine Spritze ist noch besser, zieht euch ein bisschen was raus, haltet euch gegen Sonnenlicht. Wenn Wasserbläschen, wenn sie milchig, wenn die ausschaut, dann ist Wassereinbruch, dann ist das schon mal schlecht. Dann könnt ihr entweder schon mal mit ein bisschen Milderung mit dem ehemaligen Besitzer sprechen. Ihr könnt euch das auf jeden Fall gerne mal vorhalten, da ist irgendwo Wassereintritt. Das könnt ihr dann alles in eurem Verkaufsprotokoll festhalten. Jede Flüssigkeit muss klar sein. Motoröl brauchen wir nicht diskutieren, kommen wir da noch einmal kurz drauf. Flüssigkeiten klar sein, hier dann auch mal den Antrieb rauf und runter fahren lassen, dass das auch alles wirklich funktioniert. So, hier befindet sich die Druckwasserpumpe, die quasi auf dem Wassertank Druck bringt. Einfach mal drinnen die Wasserhähne aufdrehen, dann muss die zu rattern beginnen, die Pumpe muss Druck in den Tank füllen, dass quasi aus den Wasserleitungen Wasser kommt. Das könnt ihr wahrscheinlich vielleicht nicht überprüfen, es gibt auch noch Saugpumpen, es gibt es aus unterschiedlicher Arten. Einfach mal im Boot alle Wasserhähne aufmachen und schauen, ob Wasser kommt. Auch mal den Boiler einschalten und dann eine halbe Stunde warten und schauen, ob auch warmes Wasser kommt. Wenn da kein warmes Wasserbond, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Boiler kaputt ist. Und der Boiler, der ist auch nicht ganz billig, wenn man da einen Wohin braucht. Also auch hier mal schauen, kommt Wasser aus der Wasserleitung raus, hört mal rattern für die Druckwasserpumpe. Und wenn man keins hört, ist es vielleicht eine Tauchpumpe, beziehungsweise eine Saugpumpe. Es muss auf jeden Fall mit einem guten Druck Wasser aus allen Wasserhähnen im Boot rauskommen, die da drin sind. Das einfach mal ausprobieren und auch mal den Wasserhähnen ruhig mal zwei Minuten offen lassen. Nicht, dass das nur so kurz, Kurzaktion ist und die Pumpe dann noch ausfällt. Einfach alles richtig durch ausprobieren. Scheutzeuge also nicht, dass ihr das Boot, was ihr kaufen wollt, auch richtig ausprobiert. Ja, hier seht ihr die Batterien. In diesem Fall zweimal 80 Ampere Stunden, also 160 Ampere. In so einem Boot hat man in der Regel immer zwei Batterien. Ja, ihr könnt es damit jetzt zum Beispiel rausfahren und mit dem Boot schaltet ihr eine Batterie in der Regel am Hauptschalter immer weg. So, wenn eine durch Radio, Kühlschrank, Fernseher oder egal was immer ihr anschließt, leer gehen würde, dann könntet ihr mit der zweiten immer noch den Motor starten. Das ist ganz wichtig, denn wenn man Motor irgendwann mal rüber starten kann, ist glaube ich, es ist am Meer draußen sehr, sehr unvorteilhaft. Dann schaut ihr euch hier die ganzen Kontakte an. Ja, sind die sauber geölt? Sind die sauber gefettet? Dann sind die vor allen Dingen nicht grün, mit grünem Sparen komplett überzogen. Dann kann man schon wieder sehen, hier ist nicht viel gemacht worden. Hier an diesen Kontakten kann man recht schön sehen, die sind gut gefettet. So, hier sitzt es recht schön. Ja, die Kontakte sind schön sauber, da ist keine Grünspanne drauf. Die sind gut gefettet, schauen gut aus. Da sind die Batterien in der Regel dann auch in Ordnung. Ihr könnt da noch ein Batteriemessgerät mitnehmen, da könnt ihr die Batterien mal durchmessen. Aber wie gesagt, die Batterien halten fünf, sechs, sieben Jahre, je nachdem, wie ihr sie pflegt. Diese sind jetzt mittlerweile sechs Jahre alt, funktionieren immer noch hervorragend. Wie gesagt, das sind 160 Amperestunden, und zwei Batterien, zweimal AGM. Und die funktionieren also wirklich sehr gut. Man muss sie eben nur pflegen. In so einem Boot befindet sich natürlich dann auch immer ein Ladegerät. Dieses Ladegerät lädt die Batterien immer, wenn es am Landstrom hängt. Das ist sehr wichtig, dass ein Ladegerät überhaupt vorhanden ist. Wenn keins drin ist, das wäre auch wieder unvorteilhaft. Hier bitte den Besitzer nachfragen. Hier hinten seht ihr den Ölstand, beziehungsweise das Ölreservoir für die Trimmklappen. Hier auch schauen, ist nichts ölig, passt der Ölstand, sind alle Leitungen dicht, tropft nicht irgendwo was runter. Ja, das ist also dann quasi der Behälter, Ausleihsbehälter für die Trimmklappen. Ruhig auch, ihr müsst bei so einer Bootsbedichtung schon auch reinklettern im Motorraum, und ihr müsst euch da durchaus ein bisschen verrenken, dass ihr überall hin seht, schaut euch also auch diesen Ölstand gut an. Der ist dann zuständig für die Trimmklappen, für die Trimmklappen sage ich euch später noch was und zum Antrieb, da gehen wir dann aber an Land raus, das ist im Wasser ein bisschen unvorteilhaft. Dann geht es weiter, ihr lasst quasi den Motor fünf bis zehn Minuten mal laufen oder am besten macht ihr die ganze Motorraumbesichtigung nach der Probefahrt. Dann sind das hier die Krümmer, hier einmal, hier zweimal. Die Krümmer müsst ihr sowieso, je nachdem ob ihr in Salzwasser fahrt oder beziehungsweise ob der Besitzer im Salzwasser gefahren ist oder im Süßwasser, Süßwasser halten sie länger, Salzwasser müssen sie eher raus, die rosten irgendwann durch, müssen erneuert werden. Oder die Kühlkanäle setzen sich zu mit Kalk oder sonstigen Sachen, dann kühlen sie nicht mehr richtig. Ihr prüft nach der Probefahrt die Krümmer, indem ihr mit der Hand langsam hinglangt. Die dürfen nicht so heiß werden, dass ihr euch die Finger verbrennt. Es ist normal, dass einer der zwei Krümmer wärmer ist als der andere. Der kann auch schon ruhig ein bisschen heiß sein. Der kann schon heiß sein, aber nicht so heiß, dass ihr weg geht direkt, weil der richtig heiß ist. Das würde heißen, die Kühlkanäle funktionieren nicht mehr richtig. Krümmer kaputt. Pro Stück in der Regel 400 Euro plus Einbau. Also hier genau schauen, wie gesagt, am besten nach der Probefahrt macht ihr das, wenn ihr das Boot schön mal heiß gefahren habt. Dann klangt ihr mit der Hand da drauf. Wie gesagt, die dürfen heiß werden, aber man darf schon merken, oh, das ist schon heiß, aber nicht so, dass man mit den Fingern gleich wieder weg geht, weil es so heiß ist, dass man sich brennen würde. Dann ist der definitiv kaputt und teure Angelegenheit. Einer von den beiden wird immer heißer sein wie der andere. Das ist normal, dass die beiden unterschiedlich warm werden. Dann hat der vielleicht 50 Grad und der andere 60 oder 70 Grad. Das ist jetzt mal ein Beispiel. Das ist also normal. Ihr braucht sich nicht denken, dass die beide gleich warm sind. Kann sein, muss aber nicht. Also einer darf immer heißer sein, aber es darf nie so heiß sein, dass ihr euch die Finger verbrennt. Denn dann ist der Krümmer kaputt. Begegnungweise sind ja hier die Abgasknie, sorry, das habe ich nicht dazu gesagt. Die Krümmer sind ein bisschen weiter drunter. Das da ist der Krümmer, das sind die Abgasknie. Ihr müsst es aber trotzdem, also diese Sachen, das sind Verschleißteile, das sind Tauschsachen, die gehen in der Regel sechs, sieben, acht Jahre. Je nachdem, welches Wasser, das das Boot bewegt worden ist, kaputt. Also das sind Verschleißteile tatsächlich. Die müssen irgendwann raus. Dann, an jedem Motor, den ihr sehen werdet, im Boot, befindet sich ein Ölstab. Den Ölstab zieht ihr raus und schaut nach, ob das Öl schön, entweder es ist schwarz, tiefschwarz, dann ist das Öl schon längere Zeit nicht mehr gewechselt worden. Da muss man dann auch mal mit dem Besitzer sprechen, wann hast du das letzte Mal dein Öl gewechselt. Ist das Öl milchig, ist ein Wassereinbruch im Motor, am besten gleich Motorraum zumachen und nach Hause fahren. Da kann ich mal länger nachfragen, wenn Öl milchig ist, wenn so kleine Wasserbläschen drin sind oder wenn einfach Wasser ist, das seht ihr dann am Ölstab, zieht ihr raus, macht diese Messung ruhig zwei, drei, vier, fünf Mal oder das könnt ihr auch nachschauen, wenn ihr den Öleinfülldeckel aufschraubt. Ja, macht ihr den auf und der ist innen, zeige ich euch danach kurz, zeige ich euch am besten jetzt gleich. Macht diesen Öleinfülldeckel einfach auf. Ja, das ist nichts anderes wie beim Auto auch. Sondern jetzt schaut es mal her, so muss das ausschauen. Das heißt, da ist null Wasser drin. Wenn hier schon so ein weißer, weiß-hellbräunlicher Belag drin ist, dann heißt es, ihr habt Wasser im Motor und dann bitte nach Hause fahren. Denn es hat dann keinen Sinn mehr, dass er da rumtut, zwei Wassereinbrüche in seinem Motor. Das kann heißen Frostschaden, Riss im Zylinder und so weiter. Kann man dann gar nicht genau definieren, wo kommt das her oder dann auch mal direkt da mit der Taschenlampe einen Blick rein. Da würdet ihr es dann auch schon hier sehen. An den Ventilfedern würde dann schon so ein Schaum sein, so ein hellbräumer Schaum. Das heißt Wassereinbruch und weg damit. Da braucht es gar nicht mehr lang rumtun. Wie gesagt, das wollte ich euch jetzt mal kurz zu zeigen. Macht den Öleinfüllstöpsel da raus und schaut euch den an. So, wir sind jetzt hinter dem Motor. Das ist quasi ganz an der Außenbordwand. Also einfach hinter dem Motor. Da schaut ihr mal, hier ist die Transom-Platte. Hier ist quasi der äußere Antrieb mit dem Inneren verschraubt. Und da unten drin darf kein Wasser drin stehen. Da darf auch nirgendwo Wasser runterlaufen. Außenrum hier nirgendwo Wasser runterlaufen. Das würde auch heißen, dass da was undicht ist. Irgendwelche Dichtungen und so weiter und so fort. Dann hätte es ja auch schon ein Problem. Oder zum Beispiel die Belge nicht richtig dicht sind. Wie gesagt, schaut es da mal einfach hinter. Rein. Ich hoffe, ihr seht das genau. Und schaut es da mal rein. Wenn da Wasser drin steht oder alles verrostet ist. Ebenfalls ein Warnzeichen. Ja, jetzt habe ich euch mal ein paar Tipps gegeben, was ihr in einem Boot beachten solltet, wenn ihr es gebraucht kauft. Hier seht ihr jetzt nochmal den Motor von oben. Wenn man quasi runter schaut, schaut es euch die ganzen Ölstände an. Ist irgendwo Wasser reingekommen, kontrolliert es die Krümmer. Der Hitzetest, wie ihr euch gesagt habt, macht es auch die Ölschraube, die Einfüllschraube mal runter, kontrolliert es alle Keilriemen. Ich meine, die Keilriemen, die sind das kleinste Übel. Die sind nicht so teuer. Schaut es hinter dem Motor die Transomplatte an. Ob da irgendwo Wasser runterläuft, Rost oder Sonstiges. Wenn es hinten alles verrostetes Wasser drin steht, könnt ihr sehen, dass der Lenkbolzen oder irgendwas undicht ist. Finger davon lassen, ja. Beim Motorboden müsst ihr immer aufpassen. Da ist alles immer 40, 50 Prozent teurer wie bei einem Auto oder beim identischen Teil fürs Auto. Nehmen wir mal an, die Lichtschraube, ach die Lichtschraube, sorry Leute, die Lichtmaschine, die ihr da unten seht, nehmen wir mal an, die könnte man jetzt, da ist ja in der Regel auch ein Ford-Motor. Für einen Ford kostet sie meinetwegen 50 Euro. Wenn man es in einem Bootshop kauft, dann kostet sie halt 150 Euro, weil es halt eben für ein Boot ist. Und alle Teile fürs Boot sind schweineteuer. Jetzt kann ich euch nur sagen, dass ihr das schon davor wisst, bevor ihr euch ein Boot zulegt. Es wird teuer werden. Es geht da dann auch um den Kraftstoffverbrauch. So ein Boot, wenn man mal richtig heizt, kann man pro Stunde locker. Also ich bin schon Boote gefahren, die haben in der Stunde drei, vierhundert Liter gebraucht. Performance, getunte Performance mit zwei, drei V8-Motoren. Also das ist alles möglich. Der Motor 5,7 Liter, wenn ich den volles Rohr fahre, dann brauche ich vielleicht 60, 70 Liter um den Dreh. Aber das ist schon was. 300 Liter sind im Tank drin und die kann man an einem Wochenende ganz, ganz leicht leeren. Das ist kein Problem, da gehört es nicht viel dazu. Der haltet das auch im Auge. Der Spritverbrauch, der ist bei so einem Boot schon enorm. Es gibt ja Vierzylinder, Sechszylinder, Achtzylinder Boote bei einer 27er Jagdbrache mit den Vierzylinder und Sechszylinder gar nicht anfangen. Hier können in der Regel ein bis zwei V8 rein. Aber das ist dann wieder mal ein anderes Thema. Ich werde noch mehr Videos zum Thema Wassersport bringen, die euch dann weiterhelfen mit euren weiteren Entscheidungen. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall im Motorraum rein. Schaut es am besten erst nach der Probefahrt rein, weil dann habt ihr einen warmen Motor, dann habt ihr auch die Krümmer, die wo ihr dann quasi mit einem Berührungstest berühren könnt und Schauer könnt, ist der total überhitzt, dann ist es sowieso schon vorbei, Ölstände, Batterien, einfach ein Gesamteindruck. Und wenn ihr euch das nicht zutraut und keine Ahnung habt davon, ist das überhaupt nicht schlimm, nehmt euch einen Gutachter mit. Oder irgendwen, der wo sich auskennt. Das kann ich euch immer nur wieder ans Herz nehmen. Geht es nicht alleine hin und sagt, jetzt hat es 30 Grad, ich brauche jetzt sofort ein Boot, mir ist das ganz egal, macht es nicht. Ihr kommt in Dolphets Küche, ihr verliert auf jeden Fall die Luft am Wassersport, weil es wird dann so teuer. Das ist unentabel, glaubt mir das. So, hier seht ihr jetzt mal einen Z-Antrieb an einer, das ist eine 27er Maxun, eine Motorjacht. Der ist jetzt angezogen für ein Land, quasi zu einem Transport. Da werden die immer hochgestellt, ist natürlich klar, damit das Unterteil, die Finne unten nicht am Boden schleift. Für den Transport muss später auch nochmal ein Schutz über den Propeller. Hier seht ihr einen Duoprop. Diese Antriebe gibt es mit einem Propeller und mit zwei Propeller. Duoprop ist natürlich hier die bessere Variante, weil das Boot einfach ruhiger läuft, aber da müssen wir dann einmal wieder extra Video machen über die Propeller an, das ist nämlich auch ziemlich umfangreich. Wenn ihr jetzt auf jeden Fall ein Motorboot kauft, dann geht es ja erst einmal her, lasst euch euren Antrieb runterfahren, das geht, wenn der Trailer steht, und rüttelt es einmal hier oben. Ja, hin und her rütteln. Hier oben nehmt ihr das Ganze, wenn es unten ist, und rüttelt es einmal. Und hier sollte sich kein großes Spiel befinden. Ein bisschen darf man rütteln, so wie der jetzt, das heißt, der Lenkpolzen ist in Ordnung. Wenn hier ein Riesenspiel ist, dass ihr diesen Antrieb ein, zwei Zentimeter hin und her schieben könnt, dann könnt ihr es gleich bleiben lassen, dann geht es da mehr im Argen. Wie gesagt, der darf also hier kein allzu großes Spiel haben. Ein bisschen Spiel ist normal, aber das reicht dann. Also mehr darf es auf jeden Fall nicht sein. Dann seht ihr hier Opferanoden. Da gibt es unterschiedliche, je nachdem, ob das Boot im Salz oder im Süßwasser betrieben worden ist, sind hier, ist hier einer auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Hier sind welche drauf, und hier sind auch noch welche drinnen und hier seht ihr auch noch welche drin. Diese Anoden, schaut es euch an. Ja, die sind also schon gut bearbeitet, die opfern sich quasi für das Metall, das wir, also hier im Salzwasser zum Beispiel, durch die ganzen katalytischen Verfahren opfert sich diese Anode und nicht der Antrieb oder sonstige Teile am Antrieb. Und da muss man schauen, wie fit sind die Anoden noch. Die sind jetzt schon gut angefressen, die müssen nämlich an regelmäßigen Abständen getauscht werden. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das Problem. An solch einer Anoden soll ein Kauf nicht scheitern, den kann man wechseln. Das ist nicht so teuer. Wie gesagt, teuer wird es dann beim Motor und Antrieb. So, dann seht ihr hier die Hydraulikschläuche, die den Zylinder quasi versorgen zum rauf- und runterfahren. Diese Schläuche überprüfen, ob hier irgendwas undicht ist, ob sie geknickt sind, also ob wirklich so ein Knick drin ist, dass das Metall richtig geknickt ist, ob irgendwo Öl rausleckt, auch unten schauen, beziehungsweise beide Anschlüsse, in dem Fall werden sie jetzt vier Stück schauen, ob irgendwo was undicht ist, ob die Schläuche noch einigermaßen gut elastisch sind, beschädigt sind und so weiter. Ganz wichtig, weil dann gehören nämlich die Schläuche gewechselt. So, dann hat so ein Antrieb Belge. Die Belge befinden sich hier unten drin. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ich zeige mal drauf. Hier sind die Belge. Ich halte mal die Lampe so in der Hand, damit ihr seht, das könnt ihr recht schön sehen. Also hier drin. Und dann müsst ihr schauen, sind die porös eingerissen. Die müssen auch komplett dicht sein. Wichtig, das überprüfen, bevor ihr das Boot ins Wasser bringt. Denn wenn nämlich diese Bölge undicht sind, dann wird euer Boot schnell voll Wasser laufen. Und das wäre nicht gut. Also da reinschauen, Bälge, schütteln, ob es ist, die ganzen Schlauchverbindungen, beziehungsweise Hydraulikleitungen anschauen, ganz wichtig. So, dann geht es weiter mit den Trimklappen. Könnt ihr hier sehen, diese Klappen kann man manuell, beziehungsweise per Schalter, nach unten fahren. Und dann, hoppala, jetzt hat man hier die Kamera ab. So, jetzt. Und dann kann man quasi das Boot ausnivellieren. Ja, ob es auf die Rünke oder die rechte Seite kippt, das kommt immer ganz drauf an, wenn auf der linken Seite zum Beispiel mehr Leute sitzen, hängt das Boot natürlich ein bisschen mehr auf die Seite. Und mit dem kann man das dann ausgleichend drin klappen. Auch hier schauen, Hydraulikzylinder. Ganz wichtig, dass sich hier nirgendwo Öl austritt, ja. Da unten sind Abstreifringe dran kontrollieren, lasst die Hydraulik, glaube ich, beziehungsweise drin klappen, ruhig mal runterfahren an Land. Schaut euch hier unten die Zylinder an, ob da irgendwo Öl rausläuft, ob die Leitungen, die wo runterkommen, alle dicht sind. Es darf sich hier an dem Zylinder kein Öl befinden, auch hier befinden sich wieder Opferanoten dran, diese kontrollieren. Aber wie gesagt, Opferanoten sind immer so eine Sache, die kann man wechseln. Lasst euch bei so einem Antrieb auf keinen Fall abschrecken, wenn er voller Pocken ist oder Muscheln oder was dran sind. Solche Antriebe schauen nach einer Saison wirklich katastrophal aus. Es kann also wirklich sein, dass die voller Muscheln sind und voller Pocken oder auch vom Moosbelag, Algenbelag. Das heißt aber nicht, dass der Antrieb schlecht ist. Es gibt Antriebe, die sind komplett dreckig, sind aber technisch in Ordnung und es gibt Antriebe, die sind absolut sauber und sind technisch total defekt, weil eben die kleinen Anbauteile alle kaputt sind. Lasst euch da nicht davon abschrecken, nach einer Saison schaut so ein Antrieb meistens wirklich schlimm aus. Dann auch hier unten mal die Finne kontrollieren, ob die hier abgenutzt ist, abgeschlagen. Wenn die hier komplett verbogen ist und hier riesige Ausbrüche drin sind, dann heißt das, dass das Boot schon einmal Grundkontakt gehabt hat oder am Land unten gewinnen ist. Auch sowas kann den Z-Antrieb enorm schädigen. Geht auf die Lager, geht auf die Gelenke. Wenn also hier diese Finne verbogen ist oder da riesige Ausbrüche drin sind, heißt das, da ist was nicht in Ordnung. Mit dem Boot ist schon mal was gewesen, entweder hat er einen gewaltigen Grundkontakt gehabt und das ist natürlich dann schlecht. Da haben wir dann Besitzer schon Fragen, was ist da los, was ist passiert? Die meisten werden natürlich sagen, ah nix, das gehört so. Das gehört nicht so. Diese Finne muss saubere Linien aufweisen, saubere Kanten aufweisen. Wenn das nicht der Fall ist, war irgendwas, beziehungsweise irgendwas im Argen gewesen. So, das war es jetzt einmal für einen Antrieb. Eine kleine Anleitung, auf was ihr schauen sollt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Punkte, aber wir können es den Ganzen an natürlich nicht vor Ort zerlegen. Man muss sich dann schon ein bisschen auf den Besitzer verlassen, wobei es natürlich beim Bootskauf immer schwierig ist. Aber das waren jetzt einmal ein paar so wichtige Punkte, auf die ihr schauen müsst. So Leute, dann schaut euch noch auch mal die Außenhülle vom Boot an. Hier zum Beispiel das Antifouling aufgestrichen. Das muss auf jeden Fall erneuert werden. Jetzt hier haben wir schon richtige Abplatzungen. Wenn sowas nicht regelmäßig erneuert wird, kann es sein, dass das Boot Osmose bekommt. Das heißt, der Rumpf zieht Wasser, das Material innen drin wird feucht und da habt ihr auch ein Riesenproblem. Da müsst ihr das komplett alles ausschleifen, neu auflaminieren und so weiter und so fort. Also so sollte es nicht ausschauen. Dann müsst ihr mit dem Besitzer schmatzen, ist das Antifouling neu, weil das muss man alle paar Jahre neu machen und das kostet dann auch gleich mal eine schöne Stange Geld. Das müsst ihr euch auch bewusst sein. Antifouling ist allerdings nur anzuraten bei einem Wasserlieger. Das heißt, ein Boot, was das ganze Jahr im Wasser liegt. Wenn ihr ein Boot habt, ein kleineres zum Beispiel, das, was ihr slipt, also rein und raus nach dem Fahren bzw. vor dem Fahren, dann braucht ihr nicht zwingend Antifouling. Das ist eigentlich nur ein Schutz, wenn das Boot dauerhaft im Wasser liegt. So Leute, dann noch ein kleines Video zur Außenhülle vom Boot bzw. vom GFK. Wie ihr das hier seht, hat das Boot selten eine Politur gesehen. Ist natürlich auch nicht gut. Man kann also nicht teilweise mit dem Fingernagel schon die Farbe runterkratzen. Da müsst ihr aufpassen, normalerweise sollte das schön glänzen wie ein Spiegel. Da sieht man also, dass der Besitzer eigentlich auch relativ wenig am Boot gemacht hat. Bei sowas müsste dann auch schon im Vorhinein ein bisschen hellhörig werden. Wenn sowas nie poliert ist, komplett ausgeblichen, hat er es in der Regel nie poliert, hat er wenigstens bzw. hat er sich in seinem Boot nie großmäßig gekümmert. Das ist auch so ein Punkt, der Gesamteindruck außenwert ist dann quasi, sollte eigentlich das Scalecoat schon glänzen und sollte man hier nicht mit den Fingernageln schon runterkratzen können. Also so soll es in der Regel nicht ausschauen. Ja Leute, dann geht es weiter. Wenn ihr euch ein gebrauchtes Boot kaufen wollt, dann braucht ihr für euer Boot natürlich auch einen Trailer. Also was ihr jetzt hier stehen seht, das sind sogenannte Bootstrailer. Es werden ja manchmal Boote verkauft ohne Trailer. Das ist natürlich dann problematisch. Das ist dann meistens für Leute, die bereits einen Trailer besitzen. Ihr müsst aber euch auch bedenken, ihr braucht so einen Trailer unbedingt, denn auf so einen Trailer steht letztendlich euer Boot, wird transportiert zum Urlaubsort oder wird geslippt oder im Winterlager abgestellt. So ein Trailer kostet je nach Ausführung gerne mal 10.000 Euro, ob er dann eben aus Aluminium ist, was natürlich dann gewichtstechnisch ideal ist. Das sind natürlich Aluminium-Trailer die erste Wahl. Manchmal hat man ja wirklich das Problem, dass man sein Boot nicht ziehen kann. So ein Trailer wiegt dann gewaltiges Gewicht zusätzlich und wenn man natürlich dann diesen Trailer aus Aluminium nimmt, dann kann man sich hier einiges an Gewicht sparen. Jetzt müsst ihr euch in der Forschung überlegen, welchen Trailer das ihr wollt. Bei den meisten Booten sind ja Trailer mit dabei, aber sollte das nicht der Fall sein, oder solltest ihr Gewichtsprobleme haben, müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch einen Alutrailer kauft. Der kostet natürlich dann. Ich sage, es sind so 9.000, 10.000 Euro, das sind dann nichts. Da kann man natürlich auch wesentlich mehr Geld ausgeben. Das nächste Punkt, wo ihr euch vor dem Kauf so ein Boot überlegen müsst, wo lagere ich mein Boot? Habe ich zu Hause genug Platz, dass ich zu Hause unterstelle? Wenn nicht, müsst ihr nämlich irgendwo einen Platz finden, wo ihr das Boot unterstellen, beziehungsweise abstellen könnt. So wie es das jetzt hier auf dem Bild sieht, da stehen quasi Boote auf ihren Trailer, auf einem Gelände eines Jachthafens und das kostet natürlich pro Monat, pro Jahr gewisse Gebühr für das Abstellen von dem Boot. Das müsst ihr euch davor schon überlegen. Oder kann ich vielleicht mein Boot zu Hause lagern, weil ich einen besonders großen Hof oder was habe, dann ist das natürlich kein Problem. Sollt ihr das nicht haben, müsst ihr euch im Vorfeld schon bewusst sein, wo stelle ich mein Boot ab? Dann müsst ihr euch die Frage überlegen, will ich mein Boot während der Saison ins Wasser reinlegen? Das heißt, so wie ihr es hier seht, liegt das Boot, kommt zum Beispiel Anfang April ins Wasser und kommt dann Oktober, November wieder raus. Das heißt, das Boot liegt das ganze Jahr im Wasser. Da werden natürlich die Kosten dann schon teurer. Geht es von 500 bis 1, 2, 3.000 Euro, da kommt es dann auf die Länge von eurem Boot drauf an. Das müsst ihr dann beim jeweiligen Hafen erfragen. Ihr müsst ja schauen, wo ist in meiner Nähe von meinem Wohnort ein Hafen, wo ich mein Boot zu Wasser lassen kann oder gegebenenfalls liegen lassen kann. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das Boot natürlich immer raus slippen. Ihr seht hier eine Sliprampe von einem Hafen. Auf dieser Sliprampe würde euer Boot dann quasi immer wieder jeden Tag rausgeslippt werden, auf euren Trailer rauf und dann wieder irgendwo abgestellt werden. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand immer. Ich habe das auch bei meinem Boot mal gemacht. Das hat man genau zwei Mal gemacht bei einem 27-Fuß-Boot und dann hat es mal gereicht. Immer das Rauskürbeln vom Boot. Da ist es natürlich dann schon wesentlich besser, wenn man im Wasser Liegeplatz hat. So kann man einfach, wenn man fahren will, rein ins Wasser. Beziehungsweise nicht rein ins Wasser, sondern das Boot liegt ja im Wasser. Man kann kurz mal nach Feierabend herkommen und kann eine Runde fahren, weil man sie eben nicht jedes Mal zu Wasser lassen muss. Das sind alles Fragen, die müsst ihr euch vor dem Kauf, vor dem Boot, von einem Boot überlegen. Will ich das Boot slippen? Will ich einen Wasserliegeplatz? Will ich einen Landstandplatz auf dem Trailer? Ja, das sind alles Kosten, die, die ihr im Vorfeld euch überlegen müsst. Dann die Reparaturkosten und Wartungskosten können auch ziemlich hoch sein bei älteren Booten. Dann müsst ihr euer Boot vor jedem Winter sauber einwintern, damit der Motor keinen Schaden nimmt. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ganz wichtig, dass das fachmännisch und professionell gemacht wird. Denn ein Motor platzt natürlich Frost. Das ist ein Riesenschaden. Da geht es dann in mehrere tausend Euro und das würde ich auf jeden Fall auch, dass das kaum für euch passiert. Deswegen sage ich euch das. Diese ganzen Sachen müsst ihr euch bereits im Vorfeld überlegen. Ja Leute, das waren jetzt alles vielleicht sehr, sehr viele Eindrücke für euch und viele Tipps. Könnt ihr euch das Video auch gerne ein paar Mal hintereinander anschauen, bevor ihr zu einem Boot kauffahrt. Nehmt euch das zu Herzen. Das kann euch wirklich davor schützen, dass ihr größere Schäden an euren Booten bekommt. Und ich kann es euch nur mal wieder sagen, Boot fahren ist teuer. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Da wird einfach schnell in der Hektik, weil es wird ja schon in so ein Boot gekauft, dann wird gefahren und da merkt man am Schluss, okay, so ein Boot braucht Wartung, so ein Boot braucht natürlich auch einiges an Sprit. Dann kommt Winterlager, Absteugebühren, Liegeplatz und so weiter und sofort, Slipgebühren und so weiter. Alle Sachen, die man im Vorfeld nicht einberechnet hat. Ich habe das jetzt alles ein bisschen so erläutert in dem Video. Vielleicht gefällt es an einem oder anderen von euch. Es wird noch mehr Wassersport-Videos auf meinen Kanal geben, wie gesagt, weil ich das eben schon sehr lange mache und da eben sehr erfahren bin in allen Klassen der Booten eigentlich. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, abonnieren, kommentieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt's alle gesund.